hallo und herzlich willkommen bei reddog campbell ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel kings of avalon ich starte das spiel ach so bevor ich starte oder schnell, sound aus warum mache ich den sound aus? bei diesem spiel habe ich immer ärger bekommen weil ich lizenzierte musik nehme und deswegen mache ich den sound aus ok gut jetzt und das hat mein alter account, hurra, schon sehr lange nicht mehr gespielt aber er wurde wiedergefunden und jetzt gehen wir mal kurz hier drauf und suchen in der einstellung nach musik sprache, spielhilfe, geschenke, community, spielaccount ich muss da drauf gehen spielheinstellung ah hier musik aus, so jetzt kann ich auch wieder am machen gut 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 Vielen Dank. Wow, schon so lange nicht online gewesen und die Armee ist immer noch so groß. Also ich wollte nicht angegriffen. Nice, nice, nice. I need some. Xp. Boah, 127, 5000 XP. Ja, das war's. Jo. Ah. Voll will gar nicht angemacht. Löffel 9, 10. Tchö. Nur so wenig Levels. Ich hab da so viele Sachen genommen. Naja, was solls. Tchö. 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 Center Close Hmm, ok Hmm, ok Hmm, ok Allianz, ich bin noch in der Gilde drin NRW Ah so, nochmal Ah so, nochmal Gegenstände, was habe ich denn noch hier? Oh, 10 Minuten vorbei Drache, Drache, Drache Hm Nachrichten Da ist aber bestimmt was Schönes drin Ich bin noch mal Ich bin noch mal Ah, geht doch. Geht doch. Eingesammelt, löschen. 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 Ei, ei, ei. Ist zu spät abgelaufen? Ja. Alter. Ja, stimmt. Okay. Ach so, Festung. Nicht ich. Okay. Ach komm. Oh, mal VIP an. Oh. 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 Warte mal. Der muss auf. Oh. Level 10. Jetzt passt der 10, 10, 10, 10, 11. Und dann noch ein D auf Level 10 gemacht. Ja, genau. Was haben wir hier oben noch für Punkte? Gratis. Hydro leeren. Bei Nachrichten. Jo, das war's. Dann noch mal eine Nachrichten gucken. Gut. Gut. Okay. Gut. 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 Hmmmm 20.000 besitzen. Okay, komm, Mama. Und bei mir habe ich noch einen roten Punkt. Acht Talente. Ach, das passt doch perfekt. Super. Hm. Es geht also bis mit dem Silbernen Drachen, ja. Da auch. Und hier geht es weiter. Und hier geht es weiter. Hier möchte ich immer, dass ich mich teleportiere. Aber nee, das geht nicht. Was habe ich denn noch hier Schönes bei den Questen? Bin ich bei? Bin ich bei? Ein Monster Level 8. Ich bin bei der BIP-8. Und da ich jetzt gerade einen in Bewegung habe, kann ich da nichts mehr machen. Ja, das machen wir dann. Dann... Das geht nicht, weil ich da drinnen bin. Ja. Dann schauen wir mal hier. Ja gut, das kann ich ja so jetzt machen. Dann werde ich jetzt einmal kurz alle Schlafzeichen benutzen. Ausbilden und erfährt. Hier auch. Ausbild. Und hier auch. Ausbild. Und hier. Ausbild. Und jetzt sind solche Sachen, die ich ausbauen kann. Die sind auf höchste, da geht nichts mehr, bei denen auch nicht, das auch nicht, hier kann ich nichts ausbauen, das würde gehen, aber ich möchte erst die anderen Sachen ausbauen, bevor ich, hier ist Level 7. Level 4 Also 8 Minuten. Oh. 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 Ah, du. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Okay. Oh. Nein. Kein Problem. Verbessern wieder. Hm. 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 Oh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Juhu, hat sich der Drache eine neue Ausbildung bekommen? Oder einen größeren Unterschlupf, sagen wir es lieber so. Okay. Jetzt kommt die Mauer und ich denke, das wird dann auch zu Ende sein. Mit der Mauer. Obwohl, ich habe ja noch 170 Stunden fast. Okay. 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 All good. Yes, genau. Uh-oh. Okay. Okay. Ich war das. Vielen Dank. 410 mittlerweile, wow. So, das haben wir jetzt so laufen lassen, dass wir nicht nochmal verwissten, ob wir was machen könnten. Aber ich möchte dann nächstes Mal die hier aufwerten und den da oben. Ja. Eine Nachricht noch bekommen, schauen wir mal nach. Das heißt also, meine Leute sind wieder zurück und ich kann den nächsten Marsch machen. Geringer Verlust. Das ist gut. 19 Sekunden. Schauen wir mal den Marsch an. Ja. So, das ist das, das ist auch weird. Nachricht Okay Gegenstände Allianz, Forschung Gegenstände Helden Alles Und Level 6 So Oh Level 6 Level 6 Ere 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 Okay, da kann man auch mal losschicken. Setzen und go. Okay, okay. Okay. So Leute, das war's für heute. Oh, perfekt. Fünf Minuten habe ich noch. Also passt es. Das war's für heute. Ich habe heute einmal kleine Level-Sprünge gemacht. Fester Pullen. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal nächstes Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Okay. Okay.